Ja, wir haben erst 10 Spieltage der aktuellen Bundesliga-Saison hinter uns und Transfers lassen sich ja meistens erst so im Nachhinein bzw. nach einer gewissen Zeit bewerten. Aber für mich ist Alejandro Grimaldo schon jetzt der absolute Top-Transfer, was Spieler betrifft, die vergangenen Sommer neu in die Bundesliga gewechselt sind. Klar, ein Xavi-Simmons macht auch noch einen relativ starken Case für sich selbst, aber wenn wir jetzt auch mal Leit-Transfers ausklammern und nur feste Verpflichtungen betrachten, dann ist für mich Grimaldo einfach die beste Verpflichtung des vergangenen Transfersommers. Ich habe ja auch damals bei der Bekanntgabe des Transfers schon eine Transfer-Analyse zu ihm gemacht, da habe ich eigentlich die Punkte, wie ich sie jetzt bespreche, auch relativ klar dargelegt. Aber ich finde, sportlich hat er sogar noch mehr gezeigt, wie man erwarten konnte. Aber zunächst einmal spricht natürlich für den Transfer der finanzielle Aspekt und zwar, dass er ablösefrei zu Leverkusen kam von Benfica. Klar, jetzt kommen wieder viele, da hat man ordentlich Handgeld bezahlt. Die Rede ist da glaube ich von 8 Millionen oder so. Und ja, das ist natürlich eine Stange Geld, aber ganz ehrlich, wäre die Vertragssituation eine andere gewesen und man hätte ihn fest verpflichtet, hätte man dennoch deutlich mehr für ihn bezahlen müssen und für 8 Millionen, wenn man das mal als Ablöse nehmen würde, dann ist es trotzdem noch ein krasses Schnäppchen für so einen Spieler, der halt vor allem auch so mit die größte Problemstelle im Leverkusen-Kader geupgradet hat und das enorm, denn da hatte man letzte Saison ja eigentlich nur Baka oder Sinkgrafen. Die spielen jetzt beide keine so wichtige Rolle bei ihren neuen Vereinen Atalanta bzw. Ude Las Palmas und Grimaldo überragt beide in sämtlichen wichtigen Statistiken für einen Linksverteidiger und stellt somit, wie gesagt, ein enormes Upgrade dar auf der Position, vor allem wenn man bedenkt, dass man einen Mitchell Baka für 10 Millionen verkauft hat. Also klar, das Gehalt von Grimaldo wird wesentlich höher sein, aber ansonsten hat man sich da finanziell jetzt nicht mehr so krass aus dem Fenster lehnen müssen, um so ein krasses Upgrade zu erhalten auf der Position und Grimaldo zahlt es auf jeden Fall auch aus. Er ist in allen Statistiken wirklich extrem stark, wie gesagt, wie man es auch erwarten konnte, wie ich es damals in meiner Analyse schon vorhergesagt habe, nur dass er eben eigentlich fast überall noch stärker ist, wird noch besser eingesetzt, wie in der Viererkette bei Benfica letzte Saison. Er hat sich problemlos an die Bundesliga angepasst, also an eine Top-5-Liga, wo das Niveau im Vergleich zur Primärer Liga in Portugal natürlich schon nochmal höher ist, was man aber auch gewissermaßen erwarten konnte, wenn man gesehen hat, wie er letzte Saison schon in der Champions League gegen absolute Top-Teams performt hat. Vor allem zeigt sich seine Leistungssteigerung, wie ich finde, in den Score-Run und seinem Offensiv-Output, worunter aber das Defensiv-Spiel auch nicht unbedingt leidet. Klar, er ist ohnehin nicht der physisch stärkste Verteidiger und hat da schon so seine Schwächen, aber es ist jetzt nicht so, dass er da eine Schwachstelle im Leverkusener Spiel darstellt und somit offensiv schon jetzt in nur 15 Spielen auf sieben Tore und fünf Vorlagen kommt, was wirklich herausragend ist. Und vor allem muss man da hervorheben, klar, die Vorbereiterqualitäten hatte er schon immer. Die Qualitäten, dass er Tore macht, hatte er auch durch seine überragende Freistoß-Technik, die er auch schon bei Benfica des Öfteren gezeigt hat. Aber aus dem Spiel heraus war er da nicht unbedingt so torgefährlich, was sich jetzt aber unter Xabi Alonso so ein bisschen gewandelt hat. Klar, er hat immer noch die überragenden Freistöße reingemacht, aber es gab auch das ein oder andere Tor aus dem Spiel heraus und die hat er tatsächlich aus einem sehr interessanten taktischen Grund erzielt. Denn wie gesagt, er zeigt eigentlich genau die Qualitäten, die man von ihm erwarten konnte und die ich auch erwartet habe, nur tatsächlich noch besser. Aber es gibt halt auch noch einen Aspekt, den man so nicht unbedingt erwarten konnte. Und zwar ist es die Rolle, in der er spielt, denn da zeigt er eine enorme Flexibilität, kann von Spiel zu Spiel oder von Spielphase zu Spielphase auch im Spiel immer mal wieder andere Rollen spielen. Und so hat er bei Benfica halt eben oft den Außenspieler gespielt, der links die Breite hält und die Flanken einfach reinschlägt, obwohl er ja auch enorm gute technische Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß hat. Und genau das nutzt Trainer Xabi Alonso jetzt auch bei Leverkusen, indem er ihn des Öfteren mal inverse ins Zentrum ziehen lässt. Und da eben seine Spielstärke auch im Spiel von Leverkusen nutzt, wodurch dann auch ein anderer Spieler weiter vorschieben kann. Und so bekommt das Leverkusen-Spiel auch nochmal eine andere Dynamik und eine andere Flexibilität. Und wie vorhin angesprochen, ist Grimaldo dann eben in zentraleren Positionen und kann so eben auch seine enorm gute Schusstechnik aus dem Spiel heraus nutzen, was er so auf der linken Außenbahn nicht unbedingt konnte, beziehungsweise nur in äußerst seltenen Fällen. Und deshalb ist er eben diese Saison auch aus dem Spiel heraus nochmal deutlich torgefährlicher. Und diese Flexibilität, die ich nicht unbedingt von ihm erwartet hätte, auch wenn man es ihm von seinen Fähigkeiten eigentlich hätte zutrauen sollen. Aber das hat er einfach noch nicht gespielt, deswegen habe ich da nicht unbedingt damit gerechnet. Und vor allem gibt es das Leverkusen-System ja auch her, dass er da die gleiche Rolle wie bei Benfica spielt. Aber wenn wir jetzt mal einen Blick auf alle seine gespielten Rollen in der aktuellen Saison werfen, dann sehen wir eben seine Flexibilität. Da ist er zum einen, wie eben auch bei Benfica, teilweise auf der linken Schiene recht breit und hoch positioniert, um da halt eben die Flanken reinzuschlagen. Aber er hat eben auch die Möglichkeit durch sein gutes Aufbauspiel im Vierer-Aufbau als Linksverteidiger mal ein bisschen tiefer positioniert zu sein und da dennoch einen Mehrwert zu bieten durch sein gutes Passspiel. Aber neben diesen zwei klassischen Außenverteidiger-Rollen an der Außenlinie kann er eben auch invers agieren in zwei verschiedenen Rollen. Einerseits im 3-2-Aufbau auf der linken Seite als linker Sechser eben im Mittelfeld. Aber er kann natürlich auch einen Tick höher schieben und dann die linke Zehner-Position bzw. den Halbraum da besetzen und da eben, wie gesagt, seine Schusstechnik einbringen und so auch nochmal mehr Torgefahr ausstrahlen. Somit ist für mich Alerandro Grimaldo der beste Transfer des Sommers, aktuell zumindest. Klar, kann sich noch verändern, die Ansicht, aber ich glaube, er wird seine Leistung recht stabil halten. Denn ein Punkt, den ich ja auch im Sommer beim Transfer angesprochen habe, ist, dass er nicht unbedingt verletzungsanfällig ist. Ich will jetzt nichts heraufbeschwören, aber falls er gesund bleibt, sollte er auch seine Leistung weiterbringen. Ist er eigentlich immer recht konstant gewesen, auch in der Vergangenheit. Und deshalb alles in allem für mich der beste Transfer, einfach weil er auf Anhieb einer der spielstärksten Spieler der Bundesliga. Absoluter Unterschiedsspieler für Leverkusen, trotz der anderen starken Spieler wie Wirz ist und halt eben auch ein extrem starker Standardschütze ist, bringt gute Ecken, gute Freistöße direkt. Und deshalb alles in allem für mich der beste Transfer des Sommers. Wer war es für euch? Ebenfalls Grimaldo, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich euch überzeugt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Auf Wiedersehen!